So, da sind wir wieder bei Rocket League. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahme wie gerade. Das heißt, es sind immer noch Shadowstorm und Craigie da. Und wir haben zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen. Das ist ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr passiert, glaube ich. Machen wir jetzt nochmal, würde ich sagen. Das müssen wir jetzt nochmal machen, ja. Die Messlatte liegt jetzt weit oben. Aber noch nicht hoch genug für uns, würde ich sagen. Wir schaffen es. Oh, die hatten wir schon mal, guck mal. Ja, aber Craigie kommt wieder nicht rein. Ja, das ist gut, weil ich glaube, gegen die haben wir verloren, oder? Gegen die haben wir gar nicht gespielt. Da kann der Craigie nämlich auch nicht rein. Ach so, ja, vielleicht haben die extra so einen Anti-Craig-Hack, dass immer, wenn wir, wenn die merken, dass sie gegen uns spielen. Nein, das ist drin. Okay, ma. Theorie hat sich erledigt. Ich würde sagen, wenn wir gegen die verlieren. Wenn wir noch nicht gegen die gespielt haben, müssen wir das mal ausprobieren. Was verlieren? Nein. Wie die so spielen halt. Das muss man ausprobieren. Verlieren ist keine Option mehr. Nein. Ich brauche einen Boost. Hab ich. Der hat mich nicht erwischt. Ich habe nicht mal weg. Ich weiß nicht, ich spiele gerade. Ich kriege diese AT-Melodie jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Okay. Gott sei Dank noch geblockt. Craigie springt vorbei. Er springt auch vorbei. Ich bin aber nicht. Du springst nicht vorbei. Ich mache einen halben. Na gut, passt zu dir. Auch gut. Ich habe keinen Boost. Egal. Das wissen die nicht. So, einmal abgelegt für Craigie. Okay, er kommt nochmal. Komm. Wir können wir reingehen. Ey, ich habe meinen Parvix hier ausgepackt. Er geht nicht rein. Oh, nice. Wenn wir alle in der Mitte warten, passiert ja nicht viel. Komm, weiter unter Druck setzen. Genau. Ziel. Wir kochen jetzt einfach rein. Man, weil keiner hier nicht fährt, ne? Ja. Wir haben den extra gelassen. Und die auch. Guck mal, die stehen da zu dritt auf der Linie. Wir hatten bestimmt alle keinen Boost mehr. Hä? Was passiert doch? Nein, da haben wir keinen Anstürfe ever. Ja, ja, er ist vorbeigefahren am Anfang. Also bin ich auch vorbeigefahren, aber Craigie und er sind auch vorbeigefahren, glaube ich. Jetzt. 3-0. Komm, mir den. Kann noch dran. Okay, Craigie auch. Oh, der kommt aber schnell. Der geht aber nicht rein. Damn. 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 Darm. Nicht so ganz. Darm. Damn. Damn oder damn? Damn. Bam. Mit D. E-M. Zack. Jetzt. Oh, ich bin so heiß, ne? Ich bin so heiß. Tack. Banana nana. Hast du früher auch ICQ benutzt? Ganz früher, ja. Gab's nämlich Banana Ram? Nein. Doch. War da nicht mit dem Ball. Überragender Block von mir. Warum fahren die... Das Auto von ihm sieht immer aus, als würde er die ganze Zeit rückwärts fahren. Nee, krieg ich nicht. Das irritiert mich dermaßen. Das hatte ich bei deinem Auto auch bei dem einen, was du hast. Dieses flache Ding. Da denk ich immer, du fährst rückwärts. Mit dem Mantis oder wat? Ja, wenn das der ist. Dein blau-gelber. Und das ist der, den du hast. Ach, der? Nee. Blau-gelb ist der, der... Das hat jetzt den Bio. Bei dem Bettmobil weiß ich auch nie, ob man irgendwie vorwärts oder rückwärts fährt. Ja, das sind halt die ganz flachen. Du weißt nicht mal, ob der richtig rum ist. Ob der auf den Reifen fährt oder auf dem Dach. Ja. Weil der so flach ist. Das könnte natürlich auch noch passieren, dass man auf dem Dach fährt. Ja. Ja. Wir halten die gut in Schach. Oh nein. Hab ich die. Hast du? Wie hab ich den denn gemacht? Oh, komm hier. Mitte, Mitte, Mitte. Das macht er schon. Nein. Und ich hab... Oh. Ich werd verdrückt quasi. Ja, aber da... Überragend. Guck mal an. Was sind wir hier für Dinger zaubern, ne? Wir kleinen Zauberer. Das ist der vierte Sieg, wa? Ja. Wir hören nicht mehr auf. Craigie springt aber in die Luft drauf. Einfach so. Einfach so. Was für ein Fuchs. Muss ich mal gleich schreiben. Craigie, you are a fox. Ich glaub, er weiß nicht, was du damit gemeint hast, oder? Sag mal das mit dem Ochen so. Glaube nicht. Können fragen, ob das so Fox sei. Da, 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 da. 30 seconds left on the clock. Jetzt. Okay. Der war mir, war, war mir zu gut vorgelegt. Das war zu offensichtlich. Den konnte ich nicht machen. Die machen ihn dafür jetzt selber. Ja, der eine ist, der hatte, glaub ich, Angst vor dem Ball und wollte den Ball ausweichen. So sah das aus. Gucken wir nochmal. Ja. Das ist wie früher im Schulsport. Da gab es immer Leute, die hatten Angst vor dem Ball, wenn die im Tor waren, dann haben die gekreischt. Heißt das gekreischt? Vergangenheitsform ist gekreischt, ne? Nicht gekrischen. Gekrischen, ja doch. Ich habe letztens auch irgendwie so eine ganz komische Vergangenheitsform von irgendwas gesagt. Ich weiß es nicht. Es ist einfach, es gibt ja gewisse Regeln und irgendwann setzt man die für andere Worte irgendwie ein. Ja, gekrischen. Ach ja, die Vergangenheitsform von schweben, habe ich gesagt, ist schwob. Das ist ja schweb, der Schwob. Was heißt, einfach mal, jeder weiß, dass das ist, schweb heißt. Schwieb, schwieb. Er schwiebte. Schwiebte. Ja. Zwei Rocketiers haben wir jetzt. So, Sieg Nummer 5. Werden die Gegner jetzt schon mal schwerer? Endlich mal. Endlich mal Gegner auf unserem Niveau, ja. Ich hoffe nicht. So einen Sieg würde ich nicht Nein zu sagen. Ja, wir brauchen deinen Diamantenstatus, ne? Ne. Erstmal kleinen anfangen und Party 3 wieder haben. Das stapelst du zu niedrig, direkt die Weltherrschaft. Ja, und direkt auf Grand Champion. Ja. Keine Hinten. Er verkackt. Ja, da habe ich es ein bisschen verkackt. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Wo kommt der denn her? Ich dachte, er hat noch ein bisschen Zeit. Außer Luft. Ich habe ihn gar nicht wahrgenommen. Er schwuck quasi. Der schwiebte hinterher. Gut gemacht. Zwei Rocketeers, die auch noch Mates sind, ne? Gibt es denn sowas? Ja. Nice. Schade. Soll ich mich eigentlich zu dir machen. Ja. Habe ich mir auch gedacht, dass es so sein sollte. Jetzt müssen wir uns wieder ins Zeug legen. Nein, den einen kennen sie immerhin nicht, ne? Der ist ein random Typ. Mitte? Ja, sehr schön. Aber irgendwie habe ich ihn nicht getraut, da rein zu fahren. Du den? Craigy hat ihn. Oh, Craigy. Nice. Okay. Okay, was passiert da? Mysteriöse Dinge. Och nee. Habe ich. Okay. Entschuldigung. Alles gut. Du hast ihn, ja? Bist du dir sicher? Oh nein, Craigy, du musst jetzt reißen. Der Hede versteht mich nicht. Das heißt, man reißen auf Englisch. Habe ich auch gerade überlegt. Reißen. Boah. 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 Die spielen gut. Ja, die spielen gut. Die spielen schon gut. Das hat jetzt vier Siege in Folge. Die Gegner ziehen jetzt an. Klar. Und verhältnismäßig. Naja, unverhältnismäßig. Das muss man auch dazu sagen. Na. Ja, dann hilft nur aggressiv spielen. Ja, jetzt bei 2.0 hinten sowieso. Mein. Ich konnte das Auto nicht so drehen, wie ich heute. Link einmal ran da. Okay. Ach, der ist immer eher am Ball. Das ärgert mich. Das ist wie die eine, die erste Runde, die wir gemacht haben. Jetzt. Ne, ist schon der nächste wieder raus. Unsere Chance. Unsere Chance. Oh, schade. Was ist da passiert? Ja, der Torwart tut mir ein. Ihr seid beide am Ball vorbeigesprungen, oder? Ne, ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ah, dann hättest du ihn vielleicht nicht treffen müssen, weil Craigie war dann hinter dir. Einer von euch war davor und einer war dahinter. Das weiß ich nicht. Ja. Oh, ich komm nicht ran. Oh. Kannst du nach vorne spielen? Nein. Kann man da neben springen. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein. Es endet bei nein. Scheiße. Oh, der war auch wieder überragend geschossen. Der auch. Mann. Der will einfach nicht rein, ne? Jetzt kommt hier in keiner. Ich kann jetzt mal ein... Ach, Mann. Der hatte nicht... Der kam nicht. Der habe ich nicht gesehen. Da muss man sagen, haben die verdient. GG. Habt ihr gut gemacht. Krieg einen Applaus. Dann sind wir gescheinlich, sagt der Mann 2. Ich? Oh. Nein. Scheinbar nicht. Wir waren eigentlich genauso gut wie wir. Nur besser. Das macht Sinn. Hast du euch heute schon mal in Ori and the Blind Forest reingeguckt? Ne. Oh. Musst du mal nach vorne bei YouTube. Hab ich auch mal gespielt. Ja? Ja, dann brauchst du reingucken. Also doch, dann musst du erst recht reingucken. Geht später noch ziemlich schlifflig. Okay. Und schwer. Ich bin mal gespannt. Jetzt nur die ersten paar Minuten. Auch wenn er zu knuffig aussieht. Ja. Der Schwierigkeitsgrad sieht dann freutlich an. Kommt hier auch dieses oder nächstes Jahr ein zweiter Teil von? Glaub ich. Zumindest. Äh, ja. Irgendwann ist das Wetter. Ist angekündigt, ne? Ja. Weißt du nicht, ob dies oder nächstes Jahr? Ich meine, Ende dieses Jahres noch gelesen zu haben, aber kann sich auch immer schnell nach hinten verschieben. So ein Release-Termin. Ja. Die sind nicht so gut. Also da ist was drin. Da? Da? Ach. Wäre so schön gewesen. Ja. Wäre schön gewesen. So schön. So schön. Okay, die schupfen sich gegenseitig weg. Für mich ist das okay. Okay. Willst du den machen? Ja, lass den einfach rollen. Ja, lass den einfach rollen. Nicht, dass es wieder heißt, du Klaus, mir das Tor. Schöne Rolle von dir. Richtig, richtig stylisch. Mach nicht einfach nur Tore, wir machen Tore noch stylisch. Natürlich. Und noch bemütig dazu. Schön rollen lassen. Ja. Rückwärts auf dem Rücken. Boah, da bin ich immer gerade von der Wand. Ist er bald schon wieder da? Boah, wo kommt er denn her? Komm, Craigie, mach ihn. Ja. Ja, ist das Ding. Da ist das Ding. Dann haben wir in den letzten Spielen eine gute Ausbeute, ne? Mit sechs Siegen und einer Niederlage. Ich habe fünf Niederlagen gesagen, das war vorher. Nein. Aufstieg. Nur die letzten, die letzten sechs Spiele. Der Rest ist nie geschehen. Ich hatte keinen Bewusstsein. Und wieso habe ich nur 30 Punkte? Ich habe noch gar nichts gerissen. Gar nichts. Ne. So wie hier. Ich habe so eine Rückwärtsrolle gemacht. Er ist unter die Tordecke geflogen. Das ist auch eine Kunst. Okay. War so gewollt, ne? Äh, natürlich. Ich habe wieder den Marienkiefer auf dem Bildschirm. Oh, 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 abfältschen. Oh, nice. War fein oder ne? Äh, Craigie ist in der Mitte. Na, ich meine jetzt von den Feinen. Ich habe Zeit, hätte ich noch nicht. So. Man hat nie Zeit in dem Spiel, glaube ich. Hm, wenn sich keiner zum Ball bewegt, schon. Jetzt zum Beispiel so ein bisschen, aber nicht viel. Machen die da? Mysteriös aus. Gut, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Da bist, da bist. Immer wenn ich schieße, fällt der Ball wieder zurück. Da würde ich sogar ins Tor gehen. Oh, schade. Komm, der kommt auch gut. Ne, geht's auch. Geht's, hast du gesagt. Der kommt auch gut. Ja, der geht auch. Der wäre gut gekommen, aber der beim Weg. Sag doch, geht's auch. Ja, der andere kam halt nicht vor das Tor. Oh. So, eine Minute noch, dann haben wir's. Dann haben wir's. Geht der rein? Ne. Ja, doch. Klar, hier kriegst du einen Clap. Tak, tak. Hui. Komm, geh mir auf. Geh mir auf, oder versuchen sie's. Ich denke, die geben auf. Na, soll. Sollten schon realistisch bleiben. Bei uns geht einfach. Ach man. Die geben mich auf. Oh, der ist ja gut verlängert. Die sind richtig gut im Schießen. Ja. Die haben unsere Let's Plays geguckt. Ich hab keinen Booth. Oh, nur einen. Ja. Und Mario de Marien ist wieder weg. War eine schöne Zeit mit ihm. Er hat uns Glück gebracht. Tja. GG. Sehr gut gespielt. Well played, sir. Guck mal, mit, mit sechs, nee, mit fünf, siegen und einer Niederlage. Denkst du, damit können wir uns gut verabschieden? Kannst du damit leben, Shadowhunter? Äh, Shadow, Shadowstorm. Weißt du, wie ich auf Shadowhunter komme? Nee. Ich hab ein Buch gelesen. Ich weiß gar nicht, welches das war, aber da gibt's halt jedenfalls die Schattenjäger, die Shadowhunter. Ah. Ja, deswegen denk ich jedes Mal deinen Namen an Shadowhunter und nicht an Shadowstorm. Ja. Irgendwelche Abschiedsworte von dir? Tschüss. Ich hab was cooles raus. Was was cooles? Ja, sowas richtig geiles am Ende. Richtig geiles? Ja. Sehr gut, danke.